Was ist denn jetzt der zweite Kratos-Spiegel? Immer wenn ich ihn rufe haut der ab Okay Was mach ich denn? Was mach ich denn die ganze Zeit für den Mist? Durch beide Sache Na gut Okay, da kann man schon mal ein Finishing machen Zack Er hat mich beinahe ihm versteinert, oder? Ich glaub schon Au Zack 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 Kaputt Next one Ne 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 Nix ist mit Versteiner Misch Aha Elegant ausgemischt Und Au Ich dachte ich wär schnell genug Naja andermal Vielleicht Was hab ich getan? Das wollte ich gar nicht machen Egal Egal Eigentlich Doch ein Vorteil What? Ich hab meine Rage Anzeige zerstört Was fällt dir denn in hier? Okay jetzt machen wir- Nein Was soll ich denn die Fire-Decke nicht machen? BAMS Und BAMS Aber nochmal BAMS Und BAMS Hehehe Au Au So jetzt also mal Zweiter Gratis bitte Komm schon! Muss ich doch irgendwie überleben Überleben Mach ich mich doch Boah Ihr Mist Ihr Mist Stückchen Das war immer Fun die ganze Zeit So Und jetzt wird abgerechnet Zack 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 Aus dem Weg Zack Zack Aus dem Weg Und zack zack Und Durch den Weg oder so Hehehe Das bringt genug Energie für So ein Angriff Und Jetzt Machs ich Dich Fertig Du Mist Stück La 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 Oh La 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 Kaputt Wer will jetzt noch aufmucken? Du damit Hast du dir so gedacht? Was? Hast du dir so gedacht? Hast du dir so gedacht? Aber nicht mit mir Scheiße ist das schon wieder zu knapp Warum kriege ich keine Energie? Ihr seid doch scheiße Ok müssen wir so versuchen Geht nicht anders Ich hoffe ich schaffe es diesmal jetzt so Ich hoffe ich habe es diesmal jetzt so Ihr macht mich nicht mehr so fettig Er belangt's Ich dachte, wenn ich die trete, dann verliert die ihr Speer. Komm schon. Na gut, machen wir halt erstmal so. Ein bisschen Spam-A-Lot. Auf den engen Raum ist das eigentlich ziemlich gut. Hey, ist das die letzte? Das ist ja geil. War das die letzte? Nein, da kommt noch ein. Und dann fluchten. Na. Griffst du die mal? Okay, komm. Die schaffen wir doch. Und bam. Noch was? Oh. Noch jemand? Ach shit, man. Muss jetzt sein, ja? Muss ich jetzt wirklich während des Feuers mich hier rumschlagen? Scheinbar. Scheinbar. Na gut, dann prügeln wir uns erstmal hier vor. Mein Talos! Ach du Scheiße. Ausgereischt der. Ich mach mich doch fertig, schnau. Scheiße! Oh, jetzt ist der Invisible. Nein, 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 nein! Ich verliere viel zu viel Energie wegen dem. Ah, ich kann ihn aber langsam machen und Krathos 2 hinbeackern lassen. Komm schon. Ich mach ihn langsam. Okay. Ein Finisher. Na gut. Nein! Weil meine TV-Card eben gespunnen hat. Ah, gut. Noch habe ich Angst. Komm. Zack. Zack. Ich bin jetzt... Oh. Weg von dem Feuer. Oh, gut. Geschafft, aber sehr wenig Energie nur noch. Und ich kann überhaupt nicht mehr taubern. Bitte lass das die letzte Prüfung gewesen sein. Bitte nicht, noch eine, 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 bitte nicht, noch eine. Oh, oh, ich befürchte, der muss noch eine, da kommt noch eine. Oh, scheiße. Are you nuts? Oh Gott. Okay. 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 Wenn das mein einziger Gegner ist, könnte ich mit ein bisschen Glück den schaffen. Aber wie gesagt, nur wenn das mein einziger Gegner ist. Au. Scheiße, ich habe so Schiff, ne? Der hat zu kraft. Der ist im Finishing Mode. Okay, jetzt darf ich es nur nicht verhunzen. Komm schon. Gratis, wir kriegen das hin. Quick Time, bitte nicht failen, bitte nicht failen. Noch eine, oder? Noch eine? Das ist, oh Gott, das ist die letzte sein. Ja, 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 ja. Ja! Oh. What? Okay, aber die sind eigentlich nicht so ganz so schlimm und immerhin ist meine Energie ganz schön gut zurückbekommen. Okay, komm, du bearbeitest jetzt den einen von beiden. Gratis, zwei. Au. Au. Scheiße, Mann. Okay, komm schon. Nein, was soll denn das? Warum schubst du mich in die Stache? Okay, schnell. Loslassen, damit ich Energie erschnauern kann. Okay, Finishing für dich. Und Finishing für dich. Oh, Mann. Mach drei Kreuzer, wenn ich diese Prüfung hier durch habe vom Marsch Himidus. So. Los damit. Sehr geil. Finishing. Auf und durch. Oh. Hab ich es geschafft? Scheint so. Sehr schön. Also die zweite fand ich jetzt schlimmer als die anderen. Wobei die erste mir halt immer die meiste Energie gekostet hat. Dadurch das gespeichert hat eben, heißt es sollte jetzt nochmal Mist passieren, habe ich ein Checkpoint passiert. Ich glaube, das war's. Yes, bitches. So, nun, was muss man jetzt machen? Nächstes Mal Treppe benutzen. Hahaha. Bist du ein Scherz, Keks. Weil immer sich hier diese Trophäen ausgedacht hat, ey. Da ist es jetzt wieder zu. Nun, die Frage ist, was bringt mir das jetzt? Ah, ich hab, dann hab ich ne Idee, was wir jetzt da machen müssen. Das wird, das wird jetzt, das wird jetzt nen Spaß geben. Okay. Erst einmal. Ziehen, 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 ziehen. Halt's doch fest, du Aff. Okay, machen wir drauf nochmal auf. Kommt, ich jetzt überhaupt brauche. Das ist halt erstmal hier die Frage, ne? Vielleicht kann ich ja auch, theoretisch, mit meinem Amulett so hier zurückkommen. Ja? Geht. Und du? Wo bin ich? Achso, wieder zurück. Hey! Was soll das? Hat sich das System aufgelöst? Tatsächlich. Brauche ich das also da auch noch von der Seite? So. Mal gucken, ob ich dadurch zurück muss. Na komm. Uff, du mit. Aber wie geht's mir jetzt denn weiter? Ich hab doch... Soll ich das auf der Seite der einfach abnehmen, oder was? Was hab ich getan? Nein, stopp. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Komm mal mit. Da muss ich mich nur beeilen. So. Komm schon. Ich muss wahrscheinlich irgendwie nochmal zurück und irgendwas machen. Was ich übersehen hab. Halt das mal so lang. Für mich, Kollege. Okay, gehen wir nochmal durch. Gucken wir mal, ob wir irgendwas vergessen haben. Soll ich die wieder einfügen? Mach's doch. Mach's doch. Nee. Hab ich wieder mitgenommen. Oder soll ich hier einfach rausgehen? Machen wir es mal zu. So, und was hat das jetzt bewegt? Nein, was mach ich denn? Okay, geht nur in die Richtung. Toll, wie du das festhältst, Kratos, ey. Ja. Arsch mich doch. Okay, mal gucken. Wenn ich jetzt aber... Na? Wenn ich das jetzt wieder aktiviere und ihn durchgehe, ist es wieder weg, ne? Genau. Hm.